Ich habe gewonnen! Ja, okay, okay, du hast gewonnen. Fair. Als Belohnung tauschen wir Nummern aus, oder? Ja, voll gerne. Okay. Und du warst? Naomi. Steht auch so in meinem Person. Ja? Hast du noch einen zweiten Namen zu finden? Nee. Danke. Ja. Also... Ja? Also, ich fand den Abend echt mega schön. Und was man hier so für Leute trifft, so ganz interessant eigentlich. Ja. Aber versprich mir, dass du mir wirklich schreibst. Okay? Klar. Versprochen. Ich bin mega betrunken, Alter! Ich lieb's! Ich bin mega betrunken, Alter! Wuh! Wie süß wird der denn? Und schon deine Nummer! Hallo? Ja! Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ja, dass ich bis morgen warte. Was? Nein! Nein! Ich habe den einen kennengelernt. Das hast du beim letzten doch auch gesagt. Stimmt doch gar nicht! Ja. Nein! Wirklich, du kannst es dir nicht vorstellen. Das war einfach... Sie, ich bin mega. Du bist eingere�t, und ich bin super. Ich bin mega. Stimmt. Ich bin mega. Sie Kassier. Ich bin mega. Ich bin mega. Hier we go again Du brauchst Geduld Die hab ich aber nicht Vielleicht ist er einfach nur beschäftigt Ich mein, das war's, zwei Tage her Sag ich so anhänglich Bin ich ja gar nicht Aber du hättest ihn sehen müssen Wirklich, der ist so süß Ich hätte den auf der Stelle vernaschen können Oh no, sag das doch nicht so Oh Gott Bist du heute Abend auf der Party? Du gehst echt zu viel feiern Und zum Thema Levi Aber wirklich, bleib ruhig Und noch ein Typen Nicht dein Ernst Sorry Was soll ich nur mit dir machen? Er hat immer noch nicht geschrieben Und das ist jetzt schon über eine Woche her Vielleicht will er dich auch einfach nicht anschreiben No, jetzt renn dem Typen doch nicht noch hinterher Ja, aber Ja, aber... Ja, jetzt 50 Sekunden Du glaubst Ja, nIR Ich〜 Okay. Oh, Boah, das kann ich mir noch nicht gefallen lassen. Hala, jetzt drauf mal. Untertitelung des ZDF, 2020